Hey ihr Lieben, heute habe ich Bücherneuzugänge für euch, da ja der Monat jetzt auch schon wieder gleich rum ist. Wir haben heute den 31.03. und da zeige ich euch heute mal die ganzen Bücher, die im März so zusammengekommen sind bei mir. Da hätten wir einmal, was ich momentan auch lese, Er ist wieder da von Timur Wermes. Und da geht es ja um Hitler und wie in unserer Zeit jetzt so klarkommt, also 2011 war das, Sommer 2011, genau. Und ja, ich weiß nicht, das stand schon so lange auf meiner Wunschliste, ich wollte es unbedingt haben und irgendwie bin ich jetzt nicht so ganz begeistert von diesem Buch. Hänge ich glaube ich auch jetzt schon zwei Wochen dran an diesem Buch am Lesen, ich weiß es nicht. Irgendwie finde ich momentan nicht die Lust dazu am Lesen, besonders nicht auf dieses Buch. Dann ein neues Buch, was auch bei mir eingezogen ist, Kevin Brooks, Bunker Diary. Ähm, ja gut, das Cover hat mir jetzt nicht gefallen, aber ich habe es eigentlich nur geholt, weil der Klappentext hinten mir so gut gefallen hat. Und von daher habe ich das Buch mal mitgenommen. Bin ich aber auch schon sehr gespannt auf dieses Buch. Dann ein Buch, was ich mir gerade am Freitag geholt habe. Und zwar von Dr. Med. Florian Thek, vom Blutagos bis Exitus, aus dem Alltag eines Assistenzarztes. Ähm, das sieht so aus, das war ein Mängelexemplar bei Real und, ja, mir hat auch da wieder der Klappentext richtig gut gefallen. Und von daher durfte es mit. Dann ein Buch, was ich eigentlich durch Zufall gesehen habe. Und zwar von Sarah Shepard, Lion Game und Raus bist du. Ähm, das ist der erste Band einer Reihe, glaube ich. Und, ja, freue ich mich auch schon drauf, das zu lesen. Dann ein Buch, was unbedingt einziehen durfte bei mir. Worauf ich auch sehnsüchtig gewartet habe. Und zwar auf den dritten und letzten Teil von Die Bestimmung. Und zwar Letzte Entscheidung von Veronika Roth. Ähm, ist noch eingepackt. Und, ja, ich muss erst noch den zweiten Band lesen. Und so lange bleibt der hier halt noch eingepackt. Aber ich habe ihn schon mal im Regal stehen. Und das sieht so schön aus, wenn alle drei nebeneinander stehen. Und, ja, gehören einfach zusammen die drei Bücher. Dann ein Buch, was auch im letzten Monat einziehen durfte, als es rauskam. Und zwar von Kate Harrison. Soul Beach, schwarzer Sand. Und das ist ja das zweite Band. Der erste hieß, ähm, ja, Soul Beach, ähm, Frostiges Paradies. Ich glaube ja, ne, Frostiges Paradies war es, ne? Ja. Auf jeden Fall, das ist der zweite Band. Und da durfte er natürlich auch einziehen. Aber ist noch eingepackt und hat einen super schönen schwarzen Buchschnitt, wie der erste Band. Und, ja, sieht auch super nebeneinander aus. Ich finde die Farbe ja wieder mal richtig, richtig toll. Und ich freue mich schon auf dieses Buch. Und dann ein Buch, was auch einziehen durfte, gerade erst am Freitag. Auch ein Melding Simpler. Und zwar von Julie Cross. Sturz in die Zeit. Ähm, ja gut, das sagt mir nun gar nichts. Aber für ein Hardcover für 5 Euro, da dachte ich mir, kannst du es auch mitnehmen. Wenn es mir nicht gefällt, ja, dann ist es auch nicht schlimm. Weil es ja nun halt reduziert war. Von daher, lass ich mich mal überraschen, wie das Buch so wird. Ja. Ist auch der erste Band einer Trilogie. Und es soll irgendwie um Zeitreisen gehen. Ich hab keine Ahnung. Und, ja, bin ich mal gespannt drauf, wie das wird. Wird aber noch etwas länger auf meinem Sub bleiben. Von daher gibt's andere Bücher, die etwas wichtiger sind momentan. Ähm, das war's auch jetzt mit meinen Neuzugängen wieder mal. Und, ja, diesen Monat sind nicht so viele Bücher bei mir eingezogen. Und, ja, ich hoffe, das bleibt so. Denn mein Stapel ungelesener Bücher wird irgendwie auch von Monat zu Monat immer größer. Denn momentan schaffe ich's einfach nicht, so viele Bücher zu lesen. Und von daher, ja, muss ich mal sehen, wann ich wieder mehr zum Lesen komme. Auf jeden Fall, ich sag dann mal, ciao und bis zum nächsten Mal.